Ich glaub da steht er auf sowas Der klebelt, der klebelt in die Fresse hat er dir geschossen Ich hab ja noch diese Erweiterung dran, die könnte ich ja mal Wollen sie mal, Junge, umdrehen, wir sehen sie aber nicht Wir schauen auch mal kurz weg für sie Hauptsache alle drehen sich so um Guck mal wie er durchzieht Warte, was passiert Der wird grad vom Kopf vergewaltigt Der Kopf macht hier ne... ...macht hier ne kleine Gang-Bane-Party, Alter Jetzt kommt das große Ding drin Das passt da doch gar nicht rein Nein, 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 scheiße, scheiße Ach du scheiße, scheiße Oh Gott Ah Oh, fuck Also das Ding würde ich erstmal schön putzen Aber Darf ich da riechen? Ja, der Ding, der macht das auch Der Kopf ist korrekt Ja Kowalski Was ist denn passiert? Wieso gehen die alle hin? Könnt ihr diese Menschen, die den Portlimo einfach offen lassen? Ja Ey, da kommt ja meine Spontrolle Hint So ein Feuerwehr, Jugi BAM Ich hab deine Kampfkleidung im Mittal, ja Hauptsache wenn ich den Sport übersehen will Wann ist der Restart? Wann ist der Restart? Ich stell nicht gleich den Restart In wieviel Minuten ist Restart? In... In... In 8 Minuten Ey, Bombe Bobo Ach, Bobo Nee, nee Ich fühle dich mal an 2 oder wieviel Boris Er lacht euch gerade aus Ich hab doch... Ach, bist du nicht gestorben? Nee, nee Ich hab doch gestorben Ich hab doch gestorben Wir sterben nur in den letzten Minuten Lacht dir, kommt uns echt aus? Ja, bisher nicht, ne? Wieviel waren wir? Das war ein Bullenjenige Aha, aha Da haben wir jetzt noch mal noch mal Mal Rambo Wieso machst du das auch? Habt ihr noch Action? Ja, die sind alle tot Ja, die sind alle tot Da kommt ein, da kommt ein Medi Oh, ich... Also, pass auf Marcel Ah, Marcel ist wieder Mute Jaja, ich wär schon Der ist ja noch gestorben Rambo hat den Sprochdemo genommen Wir bei einem Polizei Checkpoint Dann hat Dale die Schranken zugemacht Und Rambo war dazwischen Ja, aber guck mal, ich hab die Schranken zugemacht Da war der noch vor am Losfahren Auf einmal stand er da vorne Und auf einmal, ich denke, ich guck nur so auf einmal Boah, ich denk so scheiße Und auf einmal, ich denk so passiert nichts Okay, alles gut, auf einmal... Hallo, hallo! Ah... Und warum wurde ich viermal angestürzt? Weil du einfach ihnen eine Nachricht geschrieben hast Und wenn ich wusste, was los ist Hä? Oh, vielen lieben Dank Schon viel besser Ich hab über die Nachricht so gedacht Wissen die jetzt, was das heißen soll? Komm... Achso... Was heißt das denn? Alles okay? Stups, wenn fertig Wow Ich weiß, das könnt ihr nicht erraten, aber kann ja sein Mein Zeit Nein Jetzt sind hier noch mehr Cops, ey So steht's euch mal aus euch Hier stehen jetzt fünf Cops, ne vier Cops rum Ist ein Medic da? Ja, einer Der macht die ganze Zeit Mund-zu-Mund-Beatmung mit dahin Da ist es aus! Sag jetzt bitte nicht, dass das die Perle da ist von ihr Nein, nein Aber der macht Mund-zu-Mund-Beatmung Ich glaub, da tut euch nicht mehr wieder... Ah, doch doch Hallo Hallo Guck mal, was er macht So Mund-zu-Mund-Beatmung, so sah das aus Kriegen Sie das hin, Herr Duster, oder brauchen Sie das? Hören Sie mal der Tamsen, das haben Sie nicht gesehen, was jetzt gerade passiert Der Tamsen hätte ich gesagt Boah, also wir sind schon hart dumm, muss man halt auch mal so sagen Das richtige Feuerwehr Wir wollten halt der Feuerwehr noch ein bisschen Mühen und Kosten machen Ein bisschen was zu tun geben, ne? Genau, der Yusuf, der braucht ein bisschen Arbeit, ne? Er hat zuhause ein paar Kinder, die er ernähren muss, von daher Boah, sag mal unten, ein paar Brüder Ein paar warme Brüder Ein paar warme Brüder Oh Gott, wir haben schon eine Kinder aus dem Bangalisch Ja, also hier Werde ich auch wiederbelebt, oder wie sieht das aus? Ja, jetzt, macht er auch mit dem Mund-zu-Mund-Beatmung Oh nein, alle stehen um mich rum Ist das nicht dieser Perverse von Ihnen da? Ja, genau, das ist der Perverse Ja, genau, das ist der Perverse Ja, der so halb Nacht rum liegt Oh fuck Ja, du bist der Perverse, hat er gesagt Der nimmt sich dich gleich vor, ne? Oh, hast du was mit? Nee Jan Los, gib euch Ach, lieber dich he Ha? Ja, ja, ja Was ist da? Warte kurz Verklabert der Yusuf Ich hab' euch lieber die Ohren zu so laut Boah Aber da ist alles Ja, nix zu sehen Und schon wieder, ne? Schon wieder, ne? Schon wieder, ne? Schon wieder, ne? Ich hab's doch noch mal das Ding um aufzusehen Ja, ja, ja Ich hab' mich gesehen, wenn ich jetzt nicht sagen Ich hab' Dinge gesehen, die wollte ich nicht sehen Ja, das kann ich nicht glauben Nee Hab' vielleicht jemand von euch steht Also, ich bin nur nach dem Restater War das gesetzt? Ich bin auch ein Restater Ja, okay Ähm, wisst ihr, ob Marshal sein Ding verkaufbar ist? Was? Äh, wurde dein Ding verkauft in Hammer? Achso, nein Alles gut Wir haben ihm Ausländer Aimy Ahaha üss Schaff Ich hab' mich nicht gefragt NICHT? Nennennennennennennwっちゃ Ich hab' doch gerade gesagt Ich war doch nicht da Wurde der, wurde der verkauft? Nein, dann wurde wonderinrick. Spass dran Das darf ich das später dann gefлейten Dann hätte er facebook Ist das amdd avenk? Soundres outro Aaaaah Darf ich den Auto zu lassen? Du, 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 du. Lalalalalala. Herr Kowalski? Ja, bitte. Ist alles in Ordnung? Darf ich jeden? Darf ich reinfahren? Der hat meine Waffe begut, dachte ich, Herr Penner. Wie viel mach ich denn, Brotings? Mit Eis machst du 450. Oh, hör mir vor. Das heißt, ich muss eine vormachen und die 50 KM quill, oder? Ich gar nicht mehr, ich setz mich hin und krieg's jetzt. 50? Ja, also ich muss 500 KM dir ja noch schulden, aber ich mein... Können wir 450 KM machen? Können wir 450 KM machen? Ja, warum? Dann fahr ich einmal und dann kann ich für mich selber fahren. Achso. Da wird er wieder durchgenoss. Dankeschön. Da hast du, wir waren bis 600. Okay. Warte, wir haben gekregt. Genau, das war der perverse. Das ist echt was gut bei mir, wenn du irgendwann mal hast. Das war der perverse. Au. Zeigen Sie ihm, wo der Hammer hängt. Wo der Hammer hängt. Boah, ich zeig dir mein Hammer. Ihr wart schon weg, haben wir gesagt? Herr Borat, Herr Kowalsk ist tot. Herr Borat hat eine Indiegale... Warte, ich bin gleich dran. Ich schneide gerade die Aufnahme von... Boah. Der Ian wird gefistet. Ja. 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 Wollen die mir Ihre Waffe geben? Nee, aber ich glaube der würde ihn auch mal fest behaupten. Also wie gesagt, wenn Sie mir ein gutes Angebot machen, dann können Sie eine Kugel haben. Okay. Ich biete einen Dollar für eine Kugel für Ihnen. Ich biete zwei. Ich biete... Ja. Ich biete drei. Dann machen Sie Vorkasse. Machen Sie... Kein Problem. Herr Greco, dann kommen Sie. Jetzt nicht mal lang bis zur Sonne. Ich gebe Sie ihm jetzt eine Kugel. Gib ihm mal Geld. Ich habe kein Geld dabei. Jetzt schießen Sie doch, Herr Greco. Nicht so schüchtern. Ich wollte ihn nicht... Das Geld ist raus von die beiden Kugeln. Na? Ich habe die 2.000 gegeben. Ich muss den Lernen aber noch mal. Ja, wir sind ein Ritzbeug, ey. Na gut. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Ich lebe! Das war der Falsche. Das Figer zeigen. Das Figer zeigen. Wir haben ja doch das Geld gegeben. Wir wollten eine Kugel haben von mir. Nee, zwei. Der Arsch. Hat er mich vor Restart noch getasert, Alter. Ich weiß nicht. Nee, wir sind richtig. Das war der Falsche.